Noch ist er nicht vollständig, der Mond-Sichel-Madonnen-Altar in der evangelischen Kirche Ruhland. Die Arbeit aus dem Jahr 1510 ist eines von wenigen Relikten, die den großen Stadtbrand 1668 überdauert haben und ist deshalb für die Kirchengemeinde besonders wichtig. In den letzten Monaten konnte die dringende Restauration auch mit Hilfe von Spendengeldern realisiert werden. Wie Pfarrer Karl Naumann versichert, stehen die Arbeiten kurz vor dem Abschluss. Am Freitag kommt nochmal der Restaurator und der wird noch die letzten beiden Figuren, restaurierten Figuren mitbringen und einbringen und noch kleine Veränderungsarbeiten am Altar vornehmen, sodass er dann in seinem Glanz wieder erstrahlen kann. Am 3. Dezember um 15 Uhr soll der Altar dann feierlich wieder eingeweiht werden. Wir beginnen mit einer kleinen Andacht, es werden Grußworte gesprochen. Der Restaurator sagt selber noch was zu der Arbeit, die er getan hat. Und dann gibt es einen Vorstrag von Rudolf Bönisch über mittelalterliche Schnitzkunst der Lausitz. Sehr interessant, kann ich nur empfehlen. Und das Ganze wird begleitet durch den Männergesangsverein 1846 Ruhland. Alle Ruhlander und Interessierte sind herzlich eingeladen. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020